Weiter geht's im Finale um den Englischen Liga-Pokal. Der Schiedsrichter hat soeben die zweite Hälfte angepfiffen. Jetzt geht's. Er wirft den Ball schnell ein. A-Field. Macht er ihn. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Super Flanke. Inla. Der Ball ist drin. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Spätestens jetzt wird's eine ziemlich klare Angelegenheit. 3 zu 0. Beuth. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Conte. Das macht er gut. Schuss. Der Ball war nicht platziert genug. Gut gemacht. Er spielt den Ball per Kopf weiter. Keitley. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. A-Field. Es gibt ein Wurf. Der Ball ist im Haus. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nix. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Lohrin. Bluu-Loha. Komt. Me. Jones, er gibt Freistoß, klar. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Jones. Ball im Haus, Abstoß. Und jetzt die Gelegenheit nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Super direkte Abnahme, die Kugel passt auf der rechten Seite, schlägt ein. Jones. Norte. Tolle Flanke. Wuchs. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Mares. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und jetzt der Schuss. Brillant gemacht. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt. Und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Mane. Inland. Das ist jetzt seine Chance. Er zieht ab. Was für ein Tor. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das sieht man auch nicht alle Tage, so ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Beuth. Wuchs. Inland. Es gibt drei Minuten oben drauf. Wurde gerade angezeigt. Der Ball kann erklären. Wuchs. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Okazaki. Fonte. Macht er ihn. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Das Spiel ist aus und die Mannschaft hat damit tatsächlich den englischen Liga Pokal gewonnen. Eine großartige Leistung der gesamten Mannschaft. Sie waren meiner Meinung nach das bessere Team und haben diesen Pokal hoch verdient gewonnen. Also, dieses Finale hat gehalten, was es versprochen hat und jetzt dürfen sie sich hier feiern lassen. Ja, und Wolf, da fällt die ganze Anspannung von ihnen ab, die sich im Vorfeld des Endspiels aufgebaut hat. Und vielleicht können sie es auch noch gar nicht richtig fassen, was sie hier und heute auf die Beine gestellt haben. Das wird noch eine Weile dauern. Doppel Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke Das ist jetzt seine Chance Ein fantastisches Tor Superflanke Inler Der Ball ist drin Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor Und jetzt der Schuss Brillant gemacht Das ist jetzt seine Chance Er zieht ab Was für ein Tor Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.